Hygiene am Morgen für Schulkinder Rechtzeitig aufzustehen ist die Voraussetzung für einen ruhig begonnenen Tag. Sich im Bett kräftig zu strecken und zu dehnen, lockert die Muskeln. Dann müssen Gesicht, Ohren und Hals mit kaltem Wasser gewaschen werden. Raschtrocken frottieren und bei rauen Witterung eine Wetterschützende Creme auf das Gesicht auftragen. Das Haar muss gebürstet werden. Erst auf einer gut durchbluteten Kopfhaut kann sich volles gesundes Haar entwickeln. Der Kamm ist nur zum Scheiteln nötig. Der Witterung entsprechende Kleidung beugt Erkältungen vor. Leichte Kleidung an heißen Tagen und Warmhaltende an Kalten unterstützen den Körper bei der Aufrechterhaltung seiner normalen Körpertemperatur. Äußert sich übertriebene Besorgtheit um das Kind in einem zu viel an Kleidung, ist dem kindlichen Organismus die Möglichkeit genommen, seine Widerstandskraft zu stärken, und es kommt leichter zu Erkältungen. Bekleidung aus synthetischem Material hat den Nachteil, dass der Schweiß nicht aufgesaugt wird. Für das erste Frühstück muss genügend Zeit verbleiben. Zu empfehlen ist der Wechsel von Vollkornmüsli, die in Milch eingestreut wird, und Vollkorn-Schnitten mit Butter und Honig. Zur Schule rennen der Kinder mit einer Schnitte in der Hand werden schnell nervös. Das Zähneputzen sollte unmittelbar nach dem Frühstück erfolgen, um Schäden durch verbleibende Kohlenhydrate auszuschalten. Durch regelmäßige Kontrollbesuche des Zahnarztes können Stellungsanomalien frühzeitig festgestellt und behandelt werden.